Ja, der GTA 5 Gameplay Trailer ist endlich draußen und es gibt einiges zu finden, entdecken und zu sehen und wir analysieren mal ganz kurz aus unserer Expertensicht, was man da so Tolles sieht. Zum Beispiel hier, stopp, wir halten an und sehen ganz ganz viel, würde ich mal sagen. Ja, also die Weitsicht ist wirklich grandios, wenn man das Ganze noch mit GDM4 vergleicht, was natürlich schon ein paar Jahre her ist, aber was auf der gleichen Plattform lief, dann ist das wirklich erstaunlich, die Weitsicht. Und ich glaube wirklich, dass die viel tricksen müssen, aber man merkt es einfach als Spieler nicht so sehr. Genau und unten links im Bild, auch ganz ganz wichtig, die Minimap und die ist generell ein bisschen modernisiert worden und was man jetzt hier zum Beispiel ganz cool sieht, ist, wenn man fliegt oder eben in der Luft ist, nachher auch beim Fallschirmspringen, hat es so wie so einen Höhenmeter noch so mit eingebaut, damit man weiß, wie weit es noch runter geht bis zum Boden. Und darunter sind drei Balkenabgebilde, zu denen würde ich mal sagen, kommen wir später, wenn sie dann wirklich relevant werden. Genau, der eine oder andere wird sich wundern, warum es da einen dritten Balken gibt und da gehen wir noch drauf ein. Alles klar, dann würden wir mal weiterlaufen lassen. Also zur Technik muss man sagen, ich habe es ja schon zweimal gesehen bei Rockstar Games und es ist PS3-Version und es sieht auch wirklich so aus. Was ich gesehen hatte, war noch ein bisschen stärkeres Kantenflimmern, aber das wurde bei der zweiten Präsentation schon schwächer. Also ich würde es Ihnen schon zutrauen, dass Sie das jetzt nochmal verbessert haben und dass das wirklich auch die PS3-Version ist, die wir hier sehen. Kann man auch später an den Einblendungen erkennen, weil dauernd so X, Viereck, Kreis und sowas unten sind. Und insofern gehe ich mal schwer davon aus, dass es nicht PS4 ist, sondern PS3. Hier sind die Charaktere und hier halten wir auch mal ganz kurz schon mal an. Und zwar, es gibt jetzt drei Leute und man hat auch gerade eben schon gesehen, an der Wand hier gibt es so eine Zeichnung immer. Das sind diese Crews heißen die, das sind diese großen Überfälle, die die planen zu dritt. Und da gibt es dann immer so Listen, die man abarbeiten muss und so sieht man später im Trailer noch genauer. Ich würde sagen, das zeigen wir dann da. Ja, also man macht nicht irgendwie so unwichtige kleine Missionen, sondern im Grunde ist es wirklich so, man arbeitet eben auf diese großen Crews hin. Es ist zum Beispiel so, dass man sich das Flugfahrzeug besorgt oder dass man sich Masken besorgt, die man später bei dem großen Raubüberfall braucht. Es sind also, wie gesagt, keine sinnlosen Sachen, sondern es passt alles eben in diese großen Crews hinein. Das finde ich ganz reizvoll. Er bietet das Spiel nicht nur einen, sondern drei angehende Helden. Michael, einst erfolgreicher Bankräuber und jetzt weniger. Ja, die Helden, das ist natürlich die große Stärke wie immer und die sind ziemlich unterschiedlich. Das finde ich auch ganz interessant. Und einer davon ist Franklin und der hat sogar einen Hund dabei. Ja, genau, hinten links sieht man ihn gerade und der Witz dran ist, der läuft jetzt hier einfach nur hinter ihm her. Und da kann man natürlich so ein bisschen mal drüber spekulieren, ob man generell auch dann Tiere kaufen kann und so weiter. Am Anfang vom Trailer gibt es auch mal kurz so einen Pet Shop zu sehen. Also heißt es quasi, es gibt auch wirklich einen Laden, wo man eventuell zum Beispiel dann was weiß ich für seinen Pudel irgendwie buntes Zeug kaufen kann. Und vielleicht kann man denen sogar so Befehle dann geben, so rudimentäre und dem was lernen oder sowas. Mich würde es nicht wundern. Also es wirkt wie ein kleines Detail, ah jetzt gibt es einen Hund, aber ich traue halt Rockstar Games zu, dass sie da richtig coole Sachen machen, dass man den eben wie gesagt dressieren kann. Dass der aber auch so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit hat und ich freue mich da schon tierisch drauf. Bei Call of Duty werden wir jetzt ja auch einen Hund erleben, also vielleicht ist das 2013 das Jahr des Hundes oder so. Das neue Schleichen in Spielen ist, einen Hund zu haben. Liebiger Straßengauner, der sich von Idioten umzingelt. Aber meistens freue ich mich auf Trevor, weil der ist einfach so abgefuckt. Man sieht hier, also da braucht man gar nichts zu sagen. Was auch immer er da gerade in seine Kloschüssel reinstopft. Ja, ich habe das Gefühl, er ist so die böse Seite von allen GDA-Helden für Körpert Air. Ja, und hier oben rechts, super geil, wieder mal so ein alter Scherz von Rockstar. Hier Schlongberg Sachs, die böse Bank wahrscheinlich und die soll natürlich auf Goldman Sachs im wahren Leben anspielen. Und ist wohl hier ein Bankenviertel, aber da geschieht jetzt ein ganz anderer Überfall, eine der typischen neuen Story-Missionen. Genau, also die Mission habe ich im Oktober letzten Jahres schon bei Rockstar Games gesehen. Man muss ja jemanden aus den Fängen des FIB, also FBI, befreien. Und da sieht man eben, wie dynamisch dieser Wechsel funktioniert. Also man ist gerade noch, Michael hält hier dem Typen die Pistole an den Kopf und plötzlich sofort wechselt man auf Franklin, der auf dem Nachbargebäude ist und snipert. Und ganz wichtig sieht man jetzt hier auch gerade unten rechts eben zum einen die Porträts der Helden und drüber eben diese Eigenschaften. Also es ist nicht so, dass jeder gleich ist, sondern die haben durchaus unterschiedliche Stärken, Schwächen, Sachen. Also hier sieht man ja die Lungenkapazität, wahrscheinlich wie lange man tauchen kann, wie gut man Auto fährt, wie gut man fliegt, wie gut man schleichen kann, wie stark man ist, wie stark man schießen kann. Und dann eben Stamina, also sowas wie eine Konditionsgeschichte und eben Special. Genau, Special ist eben die Besonderheit. Jeder der drei Charaktere hat Spezialfähigkeiten. Das ist also ganz neu in GDA. Der Michael, der kann bei den Actionsequenzen eben so eine temporäre Bullet Time aktivieren. Der kann sich sozusagen besonders konzentrieren. Der Franklin, der ist der Fahrer. Der kann also die engsten Kurven irgendwie fahren. Und der Trevor, der ist zum einen der Pilot, aber der kann eben auch am meisten Schaden einstecken, weil er wahrscheinlich den Schaden nicht so spürt. Und das Coole ist auch, dass die Charaktere unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Also es ist nicht so, dass jeder bei gleichen Werten anfängt. Was mir jetzt aber hier gerade auffällt übrigens, ist, dass man da unten rechts nicht nur drei Köpfe irgendwie hat, sondern auch noch so die Silhouette vor einem vierten. Was ist da los? Ja, also das ist wirklich auffällig. Und ich habe heute schon mit Rockstar Games telefoniert und habe es darauf angesprochen. Und die haben natürlich, wie nicht anders zu erwarten war, nichts dazu gesagt. Aber sie haben es zumindest nicht dementiert. Und es ist wirklich auffällig. Also ich kann es mir nur so erklären, dass es wirklich im Spiel einen vierten spielbaren Charakter geben wird, auf den man trifft. Es ist eben auch nicht, man sieht nachher noch die Leute, die man anwerben kann. Das sind aber reine NPCs, die steuert ja das Spiel. Aber es würde mich echt nicht wundern, wenn man da noch eine Person erwischt, die man selber steuern kann. Und das ist natürlich eine der großen Überraschungen dann im Spiel. Ja, das wäre eine Stopp. Hier sieht man auch noch was Witziges übrigens. Das Plakat da hinten, nicht nur das links ist lustig, sondern auch hinten rechts. Smell like a bitch. Auch wieder ganz romantisch gemacht. So eine Parfumwerbung, also quasi, wenn man mal riechen will. Ich weiß gar nicht, was das für ein Geruch jetzt sein soll. Kann ich mir gar nicht erklären. Ich weiß nicht, wie so eine, wie soll man sagen, so eine horizontale Dame riecht. Wir kommen ja aus dem Spieleverlag nicht raus. Wir haben ja sonst keine sozialen Kontakte. Und nochmal Stopp. Das finde ich auch ganz klasse. Medizin heißt hier in dem Fall, es gibt so ein Hanf, was weiß ich, Marihuana-Schuppen, wo man sich was kaufen kann. Das ist tatsächlich sogar realistisch übrigens. Ich war ja neulich erst in San Francisco. Und das ist da medizinisch erlaubt. Es gibt wirklich solche Shops, die verkaufen dir medizinisches Marihuana. Und es passt natürlich zur Rockstar auch nicht. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es dann auch so lustige, keine Ahnung, so kurzzeitige Buffs quasi, also so Charakter-Upgrades gibt. So nach dem Motto, keine Ahnung, man kann mal kurz schneller rennen. Oder man rennt langsamer, besser gesagt, wenn man irgendwas Böses geraucht hat. Ja, oder man sieht den rosa Elefanten. Ja, den guten alten rosa Elefanten. Und was hier eben gezeigt wird, ist dieser Charakterwechsel außerhalb der Mission. Dass man also wirklich schauen kann, was macht denn gerade der andere? Und man gerät in eine Situation, völlig überraschend ist. Und hier sieht man eben, wie der Michael mit seinem Sohnemann unterwegs war auf dem Rad. Und plötzlich ist man in der Verfolgungsjagd, wo Trevor verfolgt wird von irgendeinem halben Dutzend Polizeiwagen. Apropos Polizeiwagen und verfolgt, oben rechts wieder wie immer die Vantage-Sterne. Kennt man ja aus allen Vorgängern. Hier sind es fünf, das heißt, die Helikopter schwirren schon am Himmel. Was man auch auf der Minimap und auch da im Bild eben gut erkennen kann. Es soll ja diesmal jetzt nicht nochmal, noch nach fünf Sternen, noch was Höheres geben. Also, dass da gleich wieder irgendwie hier so das Militär anrückt und so. Ich glaube, das Fünf-Sterne sind es Maximum dieses Mal. Aber das sollte auch reichen und anstrengend genug werden, da zu flüchten. Ja, wir sind ja Gangster und keine Terroristen. So, auch was Interessantes, das Tuning der Autos. Man kann da also hier so die Autos verändern in der Garage. Und da finde ich interessant, dass da manche Sachen mit so einem Schloss irgendwie markiert sind. Heißt wohl, die muss man erst noch so freischalten auf irgendeine Art und Weise. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass die DLCs sind. Aber ich glaube einfach, dass es irgendwie so vielleicht eben im späteren Verlauf dann so Momente gibt oder Dinge gibt, wo man vielleicht ein bestimmtes Auto klaut oder eine bestimmte Werkstatt irgendwie einnimmt oder freischaltet. Und dass man dadurch dann erst zum Beispiel, was weiß ich, die schönsten Felgen oder so bekommt im Spiel. Also es ist eine Freischaltmechanik. Ja, also man hat ja von Anfang an sehr, sehr viel. Dadurch, dass man ja zwischen den Charakteren wechseln kann. Der Michael kann sofort Tennis spielen. Der Trevor hat irgendwie sehr schnell Zugang zu einem Flugzeug. Kann man halt sehr schnell sehr viel von der Spielwelt erkunden. Aber es gibt halt trotzdem noch Dinge, die einfach noch freigeschaltet werden müssen. Und natürlich auch die Optikverbesserungen sind natürlich auch wieder gegeben. Man kann also nicht seine Körperform verändern, noch wie GDS San Andreas. Das haben sie halt weggelassen, weil es drei Charaktere gibt. Aber zumindest kann man halt die Klamotten verändern. Zum Beispiel auch zum Golfspielen, weil da braucht man natürlich spezielle Angebersachen. Und das finde ich auch ziemlich witzig, weil das sieht auch ziemlich geil aus hier, finde ich. So ein bisschen Central Park mäßig. Und auch mit allen Anzeigen, hier oben rechts irgendwie so sieht man, wie man den Ball trifft und Windgeschwindigkeit. Und also es ist schon so, nicht jetzt irgendwie so zweimal Knöpfchen drücken, sondern es könnte schon wirklich auch so ein Minispiel sein, wo man sagt, da kann man ein paar Stunden drin versenken. Ja, also der Dan Hauser hat im Interview mit mir erzählt, sie wollen nicht so viele Minispiele einbauen, aber die, die drin sind, die sollen halt auch längerfristig Spaß machen, genauso wie das Tennis spielen. Das soll also wirklich auch anspruchsvoll sein. Und man kann halt echt so viel machen, eben hier jagen und unglaublich viele Aktivitäten. Ganz, ganz wichtig und was ganz Spezielles sieht man hier links das Auto, es hat einen Anhänger. Und das ist ja auch was ganz Neues, mal was ganz Cooles. Man kann nun bestimmte Sachen, also eben Anhänger an sein Auto drankoppeln und so zum Beispiel, wie man jetzt hier links eben sieht, ein Boot rumfahren. Also kann ich theoretisch mit dem Boot ans Wasser fahren, meinen Anhänger abladen, mit dem Boot dann weiterfahren. Und das ist vor allem für so Missionen oder für solche Geschichten schon arg cool. Da muss man nicht dauernd was suchen und so. Und wenn im Boot dann noch eine Taucherausrüstung ist, kann man eben schön aufs Meer rausfahren und kann da tauchen und kann halt diese Unterwasserwelt, die man jetzt hier nur kurz gesehen hat, erkunden. Und das sind hier Kopfgeldjäger-Missionen, also anscheinend ist die Frau eben der Auftraggeber, sieht ja auch so aus von Trevor und dann kann man halt Leute holen und hier einkassieren. Deswegen hat die auch auf ihrem Laptop so eine schöne Seite offen, wo man so frontale Bildchen von Männern sieht, wo man schon weiß, die sucht keinen Partner, sondern will jemanden um die Ecke bringen lassen. Und hier sehen wir eben, wie viel Wert auf die Spielmechanik gelegt wird, eben auf die Schießereien. Also es wurde ganz viel übernommen von Max Payne 3. Genau. Und das ist ja auch, wer GDA4 gespielt hat, der weiß, das war jetzt nicht unbedingt die größte Stärke vom Vorgänger. Und da war auf jeden Fall Handlungsbedarf. Ja, und unten links, supergeil. Es gibt jetzt so rote Kreise, sieht man da rausgehen, aus der Figur quasi auf der Karte. Und das heißt, das ist die Lautstärke, die er da gerade macht. Also wenn er ballert, geht es immer so auseinander. Und das heißt, dass die Leute in der Umgebung eben hören, dass er da schießt. In dem Fall war es jetzt nicht so spannend. Aber prinzipiell später ist es dann so, dass man quasi wirklich beim Schleichen und so aufpassen muss, dass diese Geräuschkegel da nicht so zu weit gehen, sonst wird man bemerkt. Ja, weil man kann ja bei der Mission auch selber entscheiden, ob man zum Beispiel in den Gebäudereihen schleicht oder ob man irgendwie durch die Vordertür kommt. Und das zeigt eben auch, dass diese Schleichmechaniken, dass die noch eine größere Rolle spielen als zum Beispiel beim Vorgänger. Alles ist eingängig. So, ganz cool auch hier Fallschirmspringen, Fahrradfahren, was da wieder alles gibt. Man hat so das Gefühl, das Spiel ist irgendwie 300 Spiele auf einmal. Ja, absolut. Und das auch abseits dieser eigentlichen eben ablaufenden Story. Also es wird wohl echt wieder so sein, dass man da, ich will nicht wissen, wie viele Tage, Wochen versenken kann in das Spiel. Und das hier ist aus technischer Sicht sehr interessant, aber glaube ich für den Trailer ein bisschen gemacht. Also man sieht ja hier physikalisch korrekt, fällt hier die Mauer zusammen. Ich glaube aber nicht, dass es das im Spiel dann irgendwelche zerstörbaren wirklichen Dinge gibt, wie jetzt bei einer Battlefield. Wobei ich die Szene ja auch bei der letzten Präsentation, das war im Mai, das war auch die Mission, die mir präsentiert wurde. Und da sah es eben auch so aus. Ich meine, natürlich ist das jetzt halt einfach mal kurz eine Cutscene. Ich glaube auch nicht, dass man in Battlefield-Manier das Ganze so beeinflussen kann. Aber es war halt auch wieder cool. Der eine hält irgendwie, blockiert die Straße und dann wechselst du halt zum anderen. Und dann gibst du einfach mal Vollgas und fährst halt rein und kippst dieses Auto um und das kracht dann in die Mauer. Also die Inszenierung ist wieder top. Und ja, hier sehen wir eben diese Möglichkeiten, sich Leute zu organisieren, die einen unterstützen beim Coup. Und da muss man halt immer beachten, jeder, der dabei ist, der möchte natürlich auch ein bisschen Kohle abhaben. Man muss also selber entscheiden, hole ich mir ein paar Leute dazu, die verringern sozusagen das Geld, das ich dann bekomme. Oder versuche ich es irgendwie auf eigene Faust. Genau. Und oben rechts auf dieser Pinnwand letztendlich, wo man seinen Plan macht, sieht man diesen Zettel mit der To-Do-Liste. Also was ist noch zu erledigen, bis man den Coup überhaupt durchziehen kann. Drunter ganz spannend, hier gibt es jetzt laut und smart. Also entweder die clevere Variante oder die frontal durch die Tür Variante. Also man kann auch zu einem ganz rudimentären Grad natürlich auswählen, wie man den Plan dann durchführt. Und unten links eben sind in dem Fall jetzt drei verschiedene mögliche Helfer, die man als MPCs mitnehmen kann, die einem eben diesen Coup erleichtern, aber eben auch Kohle sehen wollen. Und da sieht man jetzt die zwei Möglichkeiten. In diesem Fall wäre es jetzt eben die Smart-Ware gewesen, die Leute zu betäuben. Und die laute Variante ist diese hier. Genau. Ab durch die Vordertür. Nach dem Aufteilen der Beute kann man selbst entscheiden, wie man sein Geld investiert. Ob in Sinn. Das ist natürlich auch großartig. Also Trevor mit seiner verschmutzten Buchse hier zu sehen, das ist natürlich ein Bild für Götter. Und das passt natürlich zu ihm perfekt, hier im Tattoo-Shop sich ein paar Dinger stechen zu lassen. Schöner wäre er dadurch aber übrigens auch nicht. Nee, ist trotzdem mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Das glaube ich. Das ist auch ganz neu. Also Geld spielt ja eine größere Rolle als bisher in allen anderen Teilen. Und ja, man kann hier sogar an der Börse spekulieren. Wie cool ist das denn? Ja, am BASAC, wie auch immer, das ist quasi NASDAQ in GTA-Manier. Und da finde ich super, jetzt hier ist ja Amunation, also der Waffenladen im Spiel. Und nicht nur, dass man da jetzt mit den Aktien handeln kann, sondern ich würde mich ja sehr wundern, wenn Rockstar das nicht irgendwie in die Geschichte einbaut, dass man zum Beispiel, nachdem man, keine Ahnung, eben bei Schlongberg Sachs oder so irgendwie irgendwas kaputt gemacht hat, dass danach der Aktienkurs runtergeht oder so. Und man das auch letztendlich ausnutzen kann, wenn man zum Beispiel bestimmte Missionen ausführt und dann irgendeiner Firma irgendwie Gutes oder Schlechtes tut oder dass irgendwelche Finanzvorstände dann da vorkommen und so. Es wird sicher saulustig. Ja, bei Amunation könnte man sich vorstellen, man sorgt halt durch Kuhs für ganz viel Unruhe und Angst unter der Bevölkerung. Und was machen die Amis, wenn sie Angst haben? Sie kaufen sich eine Waffe und prompt geht halt der Börsenkurs von Amunation nach oben. Das ist fast wie in echt. Und da kann man auch Häuser kaufen, wie man gerade eben gesehen hat. Also gibt es auch Immobilien. Und dann wird man wohl so eine schöne Villa irgendwann mal haben, wenn man genug Kohle hat. Und ganz zum Schluss vom Trailer, auch super spannend, der Mehrspieler. Das ist irgendwie noch ein Ausblick von Rockstar auf das, was da so kommen mag. Man sieht hier, die haben alle noch so Default-Namen, die Mitspieler, die hier durch die Stadt schwirren. Was man aber erkennen kann, ist, dass die höchste Zahl ist, glaube ich, 18, die im Bild ist. Also heißt mal mindestens 18 Spieler, gehe ich mal von aus. Ich denke mal eher, dass es noch mehr werden. Und ich bin mal gespannt, was für ein Mehrspielermodus dann da letztendlich bei Reis kommt. Ja, also ich war so happy, dass sie endlich was gezeigt haben. Weil bei den bisherigen zwei Besuchen bei Rockstar Games wurde halt immer gesagt, es wird eine ganz coole neue Multiplayer-Erfahrung für GDA. Aber mehr haben sie nicht erzählt. Und deswegen bin ich super happy, dass jetzt wenigstens ein paar Sekunden gezeigt wurden. Und als dann noch dieser Jet durchs Bild fliegt, da war ich dann halt wirklich völlig fertig mit meinen Nerven und war einfach völlig begeistert. Und ich kann es kaum erwarten, dass sie halt von diesem Multiplayer-Modus auch noch mehr zeigen. L ethernet Lävention Lä allegations Läamental Lä Election Lä clap Läперв Lä shimmer Läbench Lä dom